Dann schauen wir mal weiter. Na, findest du was? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Dann gucken wir erstmal, ob wir was finden. Aber ich frage mich immer noch, wie das ging. Mir ist halt eine komplette Nacht. Dann wurde es wieder hell und das Auto stand auch woanders. Wohin? Oh. Jetzt kommen wir über den Fluss. Mal, wie er das Problem hat, ne? Rüber zu kommen. Schauen wir mal, ob es nicht ist, warum, ne? Warum ist er eigentlich wieder zurückgerannt? Warum, ey? Und jetzt wird es wieder nebelig. Na, findest du was? Oh, vielleicht später. Okay. Es ist halt die Frage, links oder rechts? Ich geh da lang. Kommen wir mal, ob wir hier was finden. Schauen wir mal, falsche Richtung. Okay. Ja. Dann wäre der Weg schon richtig gewesen. Ich tippe mal da lang, wo er lang rennt. Speichern. Speichern. Was hast du denn gefunden? Okay. 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 Das führt uns also nirgendswohin. Das war's auch. Okay. Das war's auch. Das war's auch. Das war's auch. Das war's. Das war's. Das war's. Dann war's. Jesus Christ! Fuck! Oh, no, no, it can't be. Emmett? We were just... I don't understand. Emmett. Oh, God. Fuck. Lanning. Oh, God. You deserve better than this. Fuck. Okay, shit. The killer... Oh, skinned his face. Clean cuts, probably post-mortem. Neck wound. Deep. And his head is... Oh, God, it's barely hanging on. Lanning's badge. No one deserved it more than him. The landing was tough. Experienced. I wouldn't let a killer surprise him. It had to be someone new. Another one. Wonder who those people are. Okay. Okay. Ach, da bist du. Und warum bist du denn da hingelaufen? Du hast ja noch was gefunden. Gib her. Hallo, bleib doch mal stehen. Noch eine Kassette. Dann schauen wir uns die mal an. Der Freund ist mal da. Oh, er ist kaubach, honey. Der war also good. So, er ist... Wir haben den. Finde, wir sind die nicht an. The anderen fahren. Okay. Der ist ja noch... Der ist ja noch harm. Der war auch nicht. Der ist leider der fox zu sein. Der ist ja noch nicht. No, nie. Der ist ja noch... Okay. Das ist klar. Soll ich die Kamera wegpacken? Genau, das wollte ich gerade machen. Okay, also sauber. Das ist klar. Okay, das war ich. Der Sheriff Emmett Lennig. Der Mann, der sich interessiert. Über alles und jeder. Auch ich. Wir haben wirklich gesehen, aber... wir haben nie gegeben. Nicht nachdem, nachdem wir ihn zerbauen. Aber Freundesmörder. Das war mit Sicherheit dann jemand, den er kannte. Ja. Und wo rennst du, Schuhe denn? Okay. Okay. Naja, aber der Mann scheint doch verflucht zu sein, ne? Run, Alice! Wann der F... Hulk! Bullitt, run! Oh Gott! Du bist zur Hölle. Was geht denn hier jetzt ab? Was geht denn hier jetzt ab? Was? No, not now! Come on, work! Okay. Doch jetzt. Muss schon sagen, wir können keine Lampe nutzen, aber... Wir müssen hier alles zu. Ich hoffe immer auch, der weiß, wo ein läuft. Oh, nein. Oh, nein. Noch jemand? Ah! Was war das? Gott. Dieses Spiel, ne? Anita. Hubert. Und hier steht Fabian drauf. Okay. Ich speichere mal wieder, ja? Hm. Das letzte Mal... Gut, er hat Autosave davor gemacht. Vor zwei Minuten. Vor allem, da war eben eine Kommode, aber dann stand jemand da. Oh mein Gott! Und, du, mein Gott. Jetzt ist der Bullett wieder weg... F**k! Nasi... Bizado? B Myanmar! B效, woößer du eigentlich? Dann ist der Bullett wieder weg. Ah, bollett! B challenging seeing you! Nein! Bollyanna, woher sind jetzt? Ich từ Deshalb. Weil das Brot nicht home war echt bzw. Ich boll. öst él, wie heißt mal. Lukas. Alles verschwunde Peseron, oder wie? Hm, so. Äh. Äh. Und jetzt? Du kannst es tun, Alice. Nur ein bisschen mehr. Was ich wieder drücken? Was muss ich denn jetzt machen? Wow. Das muss ich drücken. A und D. Junge. Komm mal erstmal da drauf. Ich glaube, andere wären schon längst drauf gekommen. Over here. Wie kriegen wir denn hier jetzt eine Nachricht? Vor allem wieder kein Empfang. Sie haben eine neue Sprachnachricht. Mal. 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 Okay, das kann man auch ändern. Rocko's veterinary clinic, Dr. Repp is speaking, how can I help you? Hi, uh, it's me, Ellis. Ellis, my boy! I did not expect to hear from you so soon. Hey, is Bullet okay? Is ear acting up again? Uh, no, it's fine. I-I just, uh... You know what? It's nothing. Sorry to bother you. Just call me. Just call me. passt doch eigentlich, ne? okay, jetzt hast du mir schon mal besser, das Nerven aber, wenn wir eine neue Sprachnachricht haben, ne? warte mal sie haben eine neue Sprachnachricht wackelt eigentlich immer so da haben wir natürlich kein Signal mit einem haben wir kein Signal mehr sprachnachricht, aber wir können nichts abhören, ne? hat man nur einmal hat man nur einmal nachher, äh, Empfang? aber wie gesagt, mit einem haben wir keinen Empfang mehr und dann schauen wir mal, ob wir irgendwann noch eins ankriegen äh, ja wo kommen die denn jetzt her mit einem 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 Was ist da vorne? Schon wieder. Eine Kassette. Machen wir gleich. Wir zerstören das erstmal einmal. Marius. Okay. Steht da mehr drauf? Das war halt Lukas. Und da sieht man halt nix. Marius S. Hm. Die Beerdigung. Es ist er. Ich würde sagen, stellen das Ding mal wieder auf. Wenn das so in Ordnung ist. Kein Signal. Hier war auch irgendwas. Okay. Noch älter. Noch so eins. Eine Frage ist, wo ist das Ding? Das ist ja noch was. Das muss der Kleine gewesen sein, ne? Das ist auch noch was. Die Angst, die Monster zu vergessen von Todd McKinning. Mein Vater, was Theodor McKinning, war ein Holzfäller. Als ich noch ein Kind war, nahm er mich auch oft mit zu den Segel weg im Black Hills Forest, um mir Geschichten über die Monster und Hexen zu erzählen, die dort lebten. Nach knapp 40 Jahren bin ich an diesen Ort zurückgekehrt. Er sah noch immer genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Mit Ausnahme seine beunruhigende Leere. Niemand war mehr da, um Geschichten über furchterregende Monster zu erzählen. Es gab keine einzige Seele, die die Geschichten hätten weitergehen können. Das Holzunternehmen existiert nicht mehr und das Segel weg war, seinen Schicksal überlassen worden. Aber ich konnte nicht einfach zulassen, dass es vollständig in Vergessenheit gerät. Nicht bevor es mir seine Geheimnisse offenbart. Nicht bevor ich herausfinden würde, was mein Vater dazu getrieben hatte, sich das Leben zu nehmen. Okay. Mal gucken, ob er es findet. Ich will mal tippen, hier lang war das Ding dahin. Also würde ich mal tippen, aber nur noch. Dann fangen wir hier eigentlich was Neues. Naja, wer da ist? Naja! Die Zelle ist vorbei. Naja. Naja, Moment, ich stelle das nochmal wieder auf die drei. Äh. Und da haben wir auch kein Signal. Hm, okay, machen wir hier lang. Ich guck mal, wo wir hinkommen. Okay, okay, ich weiß echt nur, wo wir hinkommen. Ah ja. Wir sind wieder beim Zelt. Dann geh ich mal rum lang. Okay. Hier fühlt man mal der Weg lang. Also, so viel ganz Zeit schon. Die Frage ist halt wirklich, wo wir hinmöchen. Ohne, dass wir wieder zurückkommen. Auf jeden Fall kommen wir immer zum letzten Ausgangspunkt, wenn wir falsch laufen. Außer dieses Mal. Mal. No, 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 that's impossible. Yeah, yeah. Let's move on. Palmer L&T 05 6 3 4 0 3 2 April Sterilisch. Ja, ich geh mal wieder hoch. Okay. Was hat das zu bedeuten? Wir haben noch kein Signal. Wir sind ja schon wieder beim Zelt. Wir sind echt... Ach, guck mal was hier ist. Hab ich grad gar nicht gesehen. Das sieht aus wie das Ort. Komm schon, lass mich ein... Was hast du da, Bullitt? Die Tappy East Creek Timber Company. Wir haben das Logo gesehen. Das ist, wo die Lenden gehen. Das ist wertvoll. Vielleicht werden wir endlich ein paar Antworten bekommen. Äh... Ja. Bevor wir entfolgen, will ich noch mal kurz gucken. Genau das, was ich mir dachte. Oh nee, nicht mehr. Deswegen war das schon eine gute Idee, das zu machen. Ja, wo lang? Ja? Wo lang? Da lang? Oder da lang? Ach, von hier aus sind wir doch gekommen. Ey? Von hier aus sind wir doch gekommen. Ach, der Weg führt jetzt anders lang, ne? Ja. Was geht hier denn jetzt ab? Was geht hier denn jetzt ab? Ja. Ja. Ja.